Schalbea kocht. Heute Rhabarberkompott. Ganz einfach Rhabarber, Zucker, Essig oder Wein und Wasser. Mehr braucht man nicht. Zuerst schälen wir den Rhabarber. Also die Haut abziehen hier langsam nochmal. Also indem man oben den Blattstrunk abschneidet und unten den Wurzelstrunk, kriegt man schon viel mit. Ich habe jetzt hier dann jeweils immer nochmal die Fäden gezogen. Wenn ich die Stückchen geschnitten habe, dann ist das hinterher ziemlich gut zu essen. Das ganze Kilo weg. Sieht dann so aus. Mundgerechte Häppchen. Wasser kommt rein, Zucker. Dann entweder wie gesagt ein bisschen Wein oder wenn man kein Wein hat, einen Esslöffel Essig. Auflösen, aufkochen. Wenn das anständig kocht den Rhabarber dazu. Der wird dann weich geköchelt. Nicht zu lang, sodass er noch einigermaßen existiert. Mit dem Schaumlöffel rausheben. Wir brauchen die Flüssigkeit da drin noch. Und dann kochen wir den ganzen Rhabarber durch. Also immer portionsweise. Und ihr seht, es kommt viel Flüssigkeit mit. Also sieben wir die nochmal aus. Und kochen da aus einen Sirup. Nicht zu heiß. Wenn er dann drauf ist, kommt das dazu wieder. Dann hat man hier einen schönen Kompott. Fertig. Ich persönlich liebe Rhabarberkompott mit Vanillesauce. Vanillesauce macht man, wie den Pudding, den ich euch oben verlinkt habe. Nur mit weniger Stärke. Guten Appetit.